Ich mag das Licht. Ja, es gibt eine große Energie hier. Das hier ist hier entstanden. Draußen sind ja die 3x2 Meter Formate. Ich habe eine gute Studie. Vorher war das ja so. Draußen stand Wache. Ich bin sehr glücklich hier. Ich bin zufrieden. Ja, es ist ein sehr schönes Ort. Musik Für solche Formate man braucht Raum. Weil es gibt einen Raum. Musik Jetzt öffnet sich das Atelier. Musik 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 Wir haben uns zu berlin. Es gibt Möglichkeiten wie diese Situation, wo wir zusammenarbeiten können, wie wir zusammenarbeiten können. Wir wollen 24 Stunden, das hier ist möglich. Das ist etwas, das hier nur möglich wäre. Wir haben ein großes Setz von Dramatien, wo wir neue Stadt designieren. Es ist ein Werk in Progresso. Wir werden sehen, wo es uns geht. Die Arbeiten beschäftigen sich in der ersten Linie mit dem Zusammenspiel zwischen Figuren, abstrakten Elementen und architektonischen Fassadstücken. Und es ist eben eigentlich sozusagen eine über Jahre sich schon erstreckende Serie. Wenn Sie im Eisen einen hohen Anteil von Schwefeln haben, dann wird es ja so gelbocker. Wenn Sie einen Anteil von Maganen zum Beispiel überwiegen, dann wird es so rötlich. Und je nachdem wie die... Das ist dann wieder ganz anders. Das ist das selbe Prinzip. Das Meer ist sicherlich mein Thema. Die Leinwand liegt auf dem Boden und ich kippe dann die Farbe, die ja sehr dünnflüssig angesetzt ist, auf die Leinwand und bewege dann die Leinwand. Die Leinwand. Das ist der Hauptcharakter der ganzen Bilder. Er ist der Öffentlichkeit. Das ist der Grund, weshalb ich die Leinwand habe. Die Geschichte ist meistens über meine eigene Erfahrung. Eine Bilder ist nur eine Szene. Und in anderen Zeiten, in den Bilder gibt es verschiedene Szene. Zum Beispiel hier ist ein normales Bild aus Berlin. Das ist letztendlich ein großer Comic. Gerade auch sie, was ich oftmals finde, die Rolle der Frau unter der Burka im Vergleich zum amerikanischen Pornostar, der komplett nackt zu sehen ist, nur die Augen sind mit einem schwarzen Balken. Die GroKo wurde mit einem Schwarzen mit einem Schwarzen einen Schwarzen auf der Suche die Gäste mit einem Schwarzen zu erinneren. Die Gäste ist eine kleine Schwarzen und eine Karte mit einem Schwarzen Manchmal, ich denke, ich sollte einen Spiegel da draussen machen, ein big mirror. Das ist eine Serie von einer Maschine, die Maschinen bringt die Erde zurück. Ja, ich bin obsessed mit Maschinen, ja, gerade jetzt. Wenn ich ein bisschen schaue, ist es sehr schwierig für mich zu sprechen. Wenn man Liebe und Zeit in Materialien steckt, dass es auch dadurch eher ein Leben bekommt, das große Unterschied ist in Qualität. Jede Bild hat seine eigene Geschichte. Gelitten, meistens gelitten mit der Farbe. Das sind ja Varianten, um da reinzukommen in den Flügelmotiven. Und das ist auch ein schöner Blick immer raus hier auf dem Straßenbahnhof, eine ganz andere Welt. Also, ist das einmal live? Ja, natürlich. Wie heißt es hier? Ja, natürlich. 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 Ja, natürlich.